Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Ja, der Frühwinter versucht es immer wieder, auch heute am Freitagmorgen. Da war es vor allen Dingen im Westen und Südwesten eisekalt, sogar am Rhein. In Worms, da wurden Temperaturen um minus 5 Grad gemessen. Und direkt über dem Erdboden in 5 Zentimetern Höhe, da waren es in Worms am Rhein. Heute Morgen sogar minus 8 Grad, also schon recht knackig kalt für diese Region. Ja, wie geht es weiter? In der nächsten Woche wird es nochmal relativ kühl, vor allen Dingen in den frühen Morgenstunden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag müssen wir mit Frost rechnen. Aber danach, da stehen die Chancen nicht so schlecht, dass es wieder deutlich wärmer werden könnte. Doch zunächst zum Wetter vom heutigen Freitag. Da gibt es zunächst im Norden und Nordosten relativ viele Wolken und die lassen der Sonne nur wenig Chancen. Ganz anders dagegen hier im Westen. Dort war es ja die Nacht oftmals klar und hier wird heute auch zunächst mal die Sonne scheinen. Hier wird es auch am wärmsten mit Temperaturen um 7 bis 10 Grad. Sonst liegen die Werte so bei 3 bis 6 Grad. Bei Dauernebel teilweise auch nur um 0 Grad. Ja, wie geht es am Wochenende weiter? Schon in der kommenden Nacht, da ziehen hier im Westen Wolken auf. Ja, und diese Wolken, die sorgen dafür, dass es eben nicht mehr so abkühlt wie in der vergangenen Nacht. Hier liegen teilweise die Temperaturen am frühen Morgen um 5, 6 Grad. Nach Norden und Osten hintergegen, da ist es stellenweise klar, lokal auch neblig. Und die Temperaturen gehen deutlich nach unten. Hier im Norden sogar Frost bis minus 2 Grad. Aufgepasst, hier können die Straßen ziemlich glatt werden. Ja, und dann am Samstag gibt es in der Mitte und im Westen viele Wolken. Ab und zu fällt hier etwas Regen. Es ist ein drüber Tag und die Temperaturen erreichen 4 bis 10 Grad. Auch der Sonntag ein typischer Novembertag. Viele Wolken, viel Nebel. Das Ganze bei 4 bis 10 Grad. Es bleibt trocken. Nur hier und da kann sich auch mal längere Zeit die Sonne zeigen. Und der Montag ähnlich. Viele Wolken im Süden. Ab und zu etwas Schnee. Aber es wird wieder kälter mit Temperaturen am Tag zwischen 2 und 6 Grad. Ja, und diese Abkühlung setzt sich dann auch am Dienstag und Mittwoch fort. Am Dienstag minus 1 bis 4 Grad. Am Mittwoch 0 bis 5 Grad. An beiden Tagen ein Mix aus Sonne, Wolken und Nebel. Stellenweise kann es am Dienstag im Süden auch etwas Schnee geben. Und die Nächte sind kalt. Also auf Dienstag, auf Mittwoch, auf Donnerstag. Da müssen wir mit Temperaturen rechnen um 0 bis minus 6, minus 7 Grad. Da ist also morgens wieder Scheibenkratzen angesagt. Der Donnerstag bringt dann neue Wolken im Westen, Regen und steigende Temperaturen. Dann geht es rauf auf 4 bis 12 Grad. Und dann schauen wir uns noch die Ensemble-Vorhersage an. Da sehen wir ziemlich schnell dieser kleine Temperaturrückgang. Der geht wieder gleich in einen Temperaturanstieg über. Und dann bleibt es ja wahrscheinlich bis in den Dezember hinein relativ mild. Das ist die Ensemble-Vorhersage für das Rheinland. Temperaturen dort um 5 bis 10 Grad. Einzelne Berechnungen gehen sogar über die 10 Grad-Marke hinaus. Nur noch ganz wenige Berechnungen gehen in den Frostbereich. Das heißt, der Winter wird uns Anfang Dezember wohl nicht besuchen. Wann er wiederkommt, ist offen. Und wann es Schnee gibt für alle, ist ebenfalls offen. Mit diesen Aussichten noch einen schönen Tag und mehr Wetter gibt es wie immer unter www.wetter.net.